Meister! 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 Ich komm' ja schon, mein Kleiner. Nur einen Augenblick noch. Was machst du denn da, Meister? Ich zieh' mir einen Film auf meine Multimedia-Festplatte. Einen Film, Meister? Ja, mein Kleiner. Und auch noch Mainstream. Von Mel Gibson. Du, Meister, sagtest du nicht, du konsumierst keinen Mainstream-Mist mehr? Wie, sagst du, ist immer so treffend. Was interessiert mich, mein blödes Geschwätz von letzter Woche? Aber, Meister! Schon gut, mein Kleiner. Weißt du, meine Oma hatte auch noch einen schlauen Spruch auf Lager gehabt. Deine Oma? So was hattest du? Und was hat deine Oma so schlau aus gesagt, Meister? Nun, mein Kleiner, sie sagte stets, schlag keine Tür so fest zu, dass du sie nicht die ganze Zeit wieder aufmachen kannst. Deine Oma war aber eine schlaue Person, Meister. Das ist richtig, mein Kleiner. Schlau war sie in der Tat. Aber was ist das jetzt für ein Film, den du da vorbereitet hast? Der heißt The Passion of Christ und ist vor einigen Jahren unter wütenden Protesten vor allem der jüdischen Bürger in den USA von Mel Gibson produziert worden. The Passion of Christ, Meister? Also die Passion Christi? Und warum gab's da wütende Proteste? Na ja, eigentlich sind Proteste vor Kinos in den USA nicht gerade eine Seltenheit. Doch dass es hier die jüdischen Amerikaner waren, hat dann doch für erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt. Und die Gründe hierfür liegen eigentlich auch auf der Hand, wenn man den Film denn bis zu Ende angeschaut hat. Aha! Ja, mein Kleiner, ähm, du weißt doch, was heute für ein Tag ist. Na, Aschafreitag, Meister, oder was? Ostermittwoch? Also eigentlich ist heute Karfreitag. Klar, Meister, wie konnte ich das nur vergessen? Und weiter? Na, und am Karfreitag haben die Römer Jesus Christus ans Kreuz genagelt. Brrrr, klingt ja schauerlich. Also vor allem die Nägel durch Hände und Füße. Ja, da hast du völlig recht. Das klingt wirklich schauerlich. So wie vieles aus der Welt der Religion. Aber Nägel durch die Hände, dem war wohl eher nicht so. Nicht, Meister? Aber in den Kirchen und auf den Abbildungen im Internet sind die Nägel immer durch die Handflächen getrieben. Und zu den Stigmata zählen auch die Wundmale in den Händen. Das zeigt nur einmal mehr, welche Blüten der religiös motivierte Aberglauben treiben kann. Ja, aber Meister... Ja, mein Kleiner... Warum behauptest du denn jetzt, dass das nicht stimmt? Nun, mein Kleiner, manche der Gekreuzigten hingen über mehrere Tage hinweg am Kreuz. Die meisten davon wurden an die Kreuze gebunden und nicht genagelt. Und die, die festgenagelt wurden, bei denen hat man die Nägel durch das Handgelenk getrieben. In den Handflächen wären die Nägel ja sonst ausgerissen wegen des Körpergewichtes. Und die Gekreuzigten wären vom Kreuz gefallen. Und genau das wollte man ja nicht. Klingt ja furchtbar, Meister. Und der Film erzählt diese Geschichte. Ja, mein Kleiner. Ja, aber eins verstehe ich jetzt nicht, Meister. Und was ist das, mein Kleiner? Na ja, wenn das die Römer waren, die Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben. Warum waren dann die jüdischen Amerikaner so sauer, wie du sagst? Ja, das lag wohl daran, dass die Römer in dem Film wohl eher Statisten als Akteure waren. Die eigentliche treibende Kraft waren die Juden, denen das durch die Römer besetzte Land ja gehörte. Also das Land der Juden war damals durch die Römer besetzt und trotzdem haben die Juden in diesem Land geherrscht? Wie geht das denn? Nun, mein Kleiner, ein Land zu besetzen geht nur, wenn man sich den Rückhalt der Bevölkerung sichern kann. Das passiert manchmal durch eine mit der Siegermacht kollaborierende Marionettenregierung, wie zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg die Vichy-Regierung in Frankreich, die mit den Deutschen kollaborierte. Und so hat die jüdische Regierung mit den Römern zusammengearbeitet? Na ja, nicht gerade die jüdische Regierung. Nicht die Regierung? Aber du sagst es doch... Nein, mein Kleiner, ich habe das nur als Beispiel gesagt. Tatsächlich war es hier die jüdische Intelligenzia und die Kleriker, die eine Art Bindeglied zwischen der Besatzungsmacht aus Rom und dem jüdischen Volk bildeten, die nach der Verurteilung des selbsternannten Königs der Juden gerufen haben. Der römische Stadthalter wollte eigentlich einen Massenmörder namens Barnabas hinrichten lassen. Und weiter, Meister? Na ja, ohne den Rückhalt des Klerus standen die Römer nicht eben auf den stabilsten Beinen. Die Macht Roms war nie so fest, als dass sie nicht leicht hätte gebrochen werden können. Und die wollten dann nicht, dass der Massenmörder hingerichtet wird? Der Massenmörder war denen eigentlich egal. Es ging ihnen mehr um diesen Jesus Christus. Und der drohte, mit seiner Lehre den Klerus überflüssig zu machen. Ah, ich verstehe. Und was hat das jetzt genau mit dem Film zu tun, Meister? Ja, mein Kleiner, der Film versucht, die Ereignisse des damaligen Karfreitags so authentisch wie möglich nachzuzeichnen. Und das reicht sogar so weit, dass es diesen Film nur in der Originalsprache und mit Untertiteln gibt. Also in Englisch, Meister? Ich sagte Originalsprache, mein Kleiner. Zu der Zeit existierte die englische Sprache noch lange nicht. Nein, die Juden sprachen in dem Film Aramäisch und Hebräisch und die Römer eben Latein. Sprachlich wirklich ausgesprochen bemerkenswert. Also haben sich die Demonstranten darüber aufgeregt, dass in ihrer alten Sprache da geredet wurde? Das gerade nicht, mein Kleiner, im Gegenteil. Das hat den meisten gefallen. Aber sie fanden es halt nicht so toll nach 2000 Jahren. Immer noch, als die Mörder des Sohnes Gottes dazustehen. Aber sagtest du nicht, die Römer hätten ihn gekreuzigt? Schon. Aber ich sagte auch, dass dies aufgrund des Begehrens der jüdischen Kleriker und der jüdischen Bevölkerung geschah. Und genau so hat Mel Gibson das dann auch erzählt. Und daraus wurde dann kein Fest der Liebe, Meister? Nein, mein Kleiner, kein Fest der Liebe. Aber Meister? Ja, mein Kleiner? Ich hatte echt keine Ahnung von Ostern und so. Und jetzt, wo du sagst, dass sie denn damals am Karfreitag gekreuzigt haben, ist mir auch klar, warum heute die meisten Tanztempel und so geschlossen sind. Aber ehrlich, Meister, was gibt's denn dann zu feiern? Ich meine, das ist doch alles furchtbar grausam. Ja, mein Kleiner, den Karfreitag feiert man so, betrachtet ja auch nicht. Ostern wird gefeiert. Ostern? Also Ostersonntag und Ostermontag? Genau, mein Kleiner. Ja, und warum denn das? Da war doch Jesus Christus schon tot. Das ist doch kein Grund zum Feiern. Nun, mein Kleiner, den Legenden nach war er der Sohn Gottes und ist am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten und zum Himmel aufgefahren. Jetzt verstehe ich. Das ist also die Legende von der Wiederauferstehung, von der die Menschen glauben, dass ihnen das auch mal passieren wird? Ja, so in etwa stimmt das. Und weil das alles eine frohe Botschaft ist, ist das eben ein Freudenfest. Und das feiern die Menschen. Also jedenfalls in der christlich geprägten Welt. Ja, aber Meister? Ja, mein Kleiner? Ich verstehe das jetzt alles, was du da erzählst, aber da ist mir doch noch was Grundsätzliches, völlig unklar. Und was ist das, mein Kleiner? Na, bisher war doch mit keinem Wort von den Eiern die Rede, ganz zu schweigen von dem Osterhasen. Ein Hase, der Eier legt. Tja, mein Kleiner, das mit den Eiern ist eigentlich heidnischen Ursprungs. Dieser Brauch existierte schon lange vor der Zeit der Christen. Schon die alten Perser und Ägypter haben Eier bei dieser Gelegenheit eingefärbt. Ja, wieso denn das, Meister? Nun, sowohl die Eier als auch die Farben stehen für die Fruchtbarkeit und den Beginn des Frühlings. Die wiedererwachende Natur drückte sich in diesem Symbolismus aus. Und die Christen haben diese heidnischen Gebräuche in ihre religiösen Riten mit einfließen lassen. Das findet sich im Übrigen öfter in der Geschichte der Menschheit und der Religion. Tja, da bleibt nur noch der Hase oder die Frage, wo der herkommt. Hm, eben diese Frage bleibt zum Teil auch weiterhin offen, mein Kleiner. Du hast da drauf keine Antwort, Meister. Nun, nicht direkt, mein Kleiner. Ich meine, natürlich ist auch der farbpflanzungsfreudige Hase ein Symbol der Fruchtbarkeit und somit sind seine Ursprünge sicherlich ebenfalls den heidnischen Ritualen der Antike zuzurechnen. Doch wann er begann, Eier zu legen und worum er dies bis heute tut, ist völlig unklar. Aber Meister? Ja, mein Kleiner. Legt der Hase denn die Eier wirklich? Nein, mein Kleiner. Natürlich tut er das nicht. Die Eier, die Hasen legen, will sicher niemand futtern, auch nicht mit noch so viel Zucker und Schokolade drumherum. Ja, aber warum kaufen die dann alle diese Osterhasen und erzählen davon, dass der die Eier legt? Das, mein Kleiner, ist eine gute Frage und gar eine moderne dazu. Die Menschen glauben ja auch, dass die Kühe auf der Weide lila sind und Erdbeerjoghurt geben und dass Milch wiederum aus dem Tetra-Pack kommt. Ich denke mal, das ist so eine neue Legende, die auch was mit unserem Konsumverhalten zu tun hat. Kühe sind nicht lila, Meister? Nein, mein Kleiner, Kühe sind nicht lila und Osterhasen auch nicht. Aber ich habe es doch im Fernsehen gesehen, Meister. Eben, aus diesem Grund schaue ich nicht mehr fern und das solltest du vielleicht auch mal überdenken, mein Kleiner. Alleine so ein verdammter Werbeblock kann locker einer Lobotomie nahe kommen. Solltest du wirklich mal überdenken, mein Kleiner. Echt? Lobotomie? Klingt ja grauenhaft. Klingt ja wie die Karfreitagsgeschichte von Mel Gibson. Ja, der Vergleich ist nicht der schlechtesten einer, mein Kleiner. Auf alle Fälle bin ich jetzt froh. Du bist froh, Meister? Warum das denn? Tja, mein Kleiner, die ersten Zuckereier und Osterschokolädchen lagen in den Supermarktregalen schon in der Zeit, als die Leute noch die Weihnachtsfehleinkäufe zurück in die Konsumtempel geschleppt haben. Und als ich gestern noch in der Stadt war, ein paar Kleinigkeiten einzukaufen, gab es Osterartikel nur noch als Restposten unten in der Wühlkiste. Endlich die Zeit also, sich auf Weihnachten zu freuen. Auf Weihnachten, Meister? Na logo, mein Kleiner. Ab August stehen wieder Lebkuchen in den Regalen. Das heißt, da ist dann die Zeit zum Grillen und für lange Abende draußen auf der Terrasse. Das klingt aber nicht sehr weihnachtlich, Meister. Mein Kleiner, das ist auch nicht sehr weihnachtlich. Aber auf die Wärme, auf die freue ich mich schon. Und zu Weihnachten habe ich eh dann keinen Bock mehr auf Lebkuchen. Da freue ich mich dann wieder auf die Zuckereier. Tja, Freunde, schon wieder was dazugelernt. Kühe sind nicht lila. Und der Osterhase, der legt auch keine Eier. Wusstet ihr das auch? Und trotzdem feiert ihr heuer wieder wie jedes Jahr Ostern? Also ihr Menschen seid schon ein ganz spezielles Völkchen. Keine Frage. Irgendwie habt ihr ja so ein echtes Werberat ab. Trotzdem freut es mich und meinen Meister, dass ihr auch am heutigen Karfreitag wieder bei uns reingeschaut habt. Wir zwei beiden wünschen euch also mal ein frohes Osterfest und futtert nach den 40 langen Fastentagen nicht so viel auf einmal rein zum Feste. Denkt an die Strandfigur, die es zum Sommer hin zu trainieren und abzunehmen gilt. Wir hassen Dünnbrettbohren. Hier kriegen sie geeiert. Ostern made by mein Kleiner. Und wir, wir sehen uns am nächsten Freitag wieder. Selber Zeit, selber Ort. Bis dahin also. Und tschüss. Meister? Alles klar, mein Kleiner. Also, Freunde, habt ein entspanntes Osterfest und bis dann. Tschüss. Das war's.